Ich zeige dir heute, wie du in drei einfachen Schritten in Logic Pro aus deinen Lead Vocals künstliche Backing Vocals generieren kannst. Und ja, ich weiß, es gibt heute viele schlaue Plugins von Waves und auch von anderen Firmen, die das automatisch für dich machen und ich habe mir diesen Plugins auch rumprobiert, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich komme von der alten Schule, ich weiß noch, wie man Satzgesänge arrangiert und bis ich diese Plugins jetzt eingestellt habe, von der Stimmführung her und so weiter, um die Tonart und was sie machen dürfen und was nicht, habe ich das auch selber eigentlich schneller programmiert. Es geht um dieses Projekt und wir hören gleich mal kurz rein. Gut, ich finde, das klingt schon ganz gut und sie singt auch ganz schön, aber da bieten sich jetzt Satzgesänge, sogenannte Satzgesänge oder ein zwei- bis dreistimmiger Satzgesang, mal sehen, der bietet sich dafür sehr an. Was ich jetzt als erstes mache, ist, dass ich das immer erstmal ausarrangiere. Das heißt, ich arrangiere jetzt die zwei oder drei Spuren aus, die ich gerne dazu singen möchte und dazu spiele ich jetzt mit einem ganz einfachen Piano erstmal den Hauptgesang nach und arrangiere dann die Satzgesänge dazu. Das sind dann meine Guide Tracks. Das klingt dann so, ich habe jetzt einfach die Hauptmelodie einfach erstmal nachgespielt. Und dann über diese Piano-Spuren noch meine zwei anderen Stimmen, die ich gerne gleich künstlich erstellen möchte, dazu arrangiert. Im zweiten Schritt kopieren wir jetzt unsere Lead Vocals runter mit dem Trick, den ich euch vor kurzem gezeigt habe, wie man eine ganze Spur mit Inhalt kopieren kann. Und zwar indem wir einfach auf den Spurheader drücken, Option-Taste gedrückt halten und jetzt kopiert er uns die komplette Spur hier mit Inhalt runter. Und jetzt schneide ich hier einfach nur den Teil, das wären jetzt meine ersten Backing Vocals, die ich hier arrangieren möchte oder künstlich erstellen möchte. Das schneide ich jetzt zu, damit es übersichtlicher wird. Und jetzt orientiere ich mich hier an meinem Guide 1. Also das ist jetzt die erste Zweitstimme sozusagen, die wir dann hier machen möchten. Und um jetzt hier eine künstliche Zweitstimme zu erstellen, muss ich Flex Pitch aktivieren. Das mache ich hier. Ziehen Sie mal größer. Und ich wähle hier Flex Pitch aus. Und ich werde mich jetzt hier an dieser Zweitstimme orientieren, die ich mir hier schon eingespielt habe. Dadurch wird es auch viel, viel leichter, das zu arrangieren. Und wir schauen jetzt mal hier direkt in Flex Pitch rein. Was ich also jetzt machen muss, ist mich hier an meiner Guide Track zu orientieren und dann diese Spur hier über Flex Pitch oder diese Vocals, diese Backing-Spur hier über Flex Pitch dann hier hinzuziehen. Legen wir mal los. Gut, ich habe ein bisschen gespult. Hören wir mal das Ergebnis jetzt an. Das klingt schon mal recht gut. Und schauen wir jetzt mal, wenn wir jetzt den Guide weglassen, wie es denn mit den Lead Vocals zusammen jetzt schon klingt. Klingt schon mal gar nicht schlecht. Das klingt so ein bisschen, ja, ein bisschen Phasenschweinereien gibt es. Aber ich habe ja schon erklärt, das machen wir dann nachher noch. Gut, das mache ich jetzt noch für die zwei anderen Stimmen genauso. Hören wir mal, wie unsere zwei künstlich erzeugten Backing Vocals Stimmen jetzt zusammen mit den Lead Vocals klingen. Ich habe auch das Gefühl, dass der Algorithmus von Flex Pitch stetig verbessert wird. Es klingt jetzt gar nicht so verkehrt, dadurch, dass wir das jetzt alles aus einer Leadstimme generiert haben. Aber nichtsdestotrotz, es klingt noch nicht wirklich gut. Es klingt schon noch sehr künstlich. Und deswegen kommen wir jetzt zu Schritt Nummer drei. Und das ist die Nachbearbeitung und die Effekte zu setzen. Es gibt einen ganz coolen Trick, den man anwenden kann, um diese Backing Vocals ein bisschen nach hinten zu rücken. Oder dass es nicht von der Intonation her nicht genau gleich klingt. Und das ist ihnen das Leben zu entziehen, so ein bisschen. Und mit Leben entziehen meine ich Vibrato zu entziehen. Das machst du hier bei Flex Pitch über den, glaube ich, genau. Das ziehe ich jetzt hier komplett raus. Und dadurch werden die sehr, sehr stumpf klingen, natürlich. Ich mache das bei der Zweitstimme gerade auch nochmal. Sie werden jetzt allein natürlich so in dieser Form nicht besonders toll klingen. Aber wenn wir sie nachher drunter mischen, wirst du hören, dass es gar nicht so tragisch mehr ist. Weil sie kommen ja dann nachher auch noch ein bisschen in den Hintergrund. Also ich habe jetzt einfach nur das Vibrato bei den Zweitstimmen komplett rausgezogen. Und dann klingt die ganze Sache so. Es klingt jetzt ein kleines bisschen besser. Natürlich immer noch ein bisschen künstlich. Das werden wir hundertprozentig jetzt nicht wegbekommen. Das ist klar. Ich penne jetzt aber mal die Backing Vogels ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts. Damit sie hier zum ersten Mal einfach ein bisschen weiter in der Breite sind. Und als zweites machen wir sie dann einfach auch ein bisschen leiser, um sie ein bisschen weiter nach hinten zu bringen. Was ich dann auch noch mache, ist ihnen typische Backing-Vocal-Bearbeitung ein bisschen was von den Höhen rauszunehmen. Das schiebt sie dann auch nochmal so ein bisschen hinter die Lead-Vocals. Mache ich einfach hier mit dem Channel-EQ. Und wir werden sie noch ein kleines bisschen mit Heil versehen. Eigentlich mache ich das auf einem Gruppenbus. Ich mache das jetzt mal hier, damit es ein bisschen schneller geht, die ganze Sache. Ich nehme hier einfach ein Vocal Haul, mache den ein bisschen von der Decay-Zeit noch ein bisschen größer. Hören wir jetzt mal an, wie unsere künstlich generierten Backing-Vocals im Gesamtmix klingen. Zugegeben, es ist natürlich kein perfektes Ergebnis. Und ich bin sowieso ein Fan von so mehrstimmigen Satzgesängen. Am besten ist es natürlich immer, du machst es weder künstlich noch mit irgendeinem Plug-in, sondern, gute alte Schule, du lässt die Sängerin oder den Sänger das einsingen. Das selbst einsingen, was eine hohe Kunst ist, was übrigens nicht viele Sänger können, sondern das können tatsächlich nur die Besten. Übrigens, falls du beim Abmischen auch noch nicht zu den Besten gehörst, falls du ein bisschen vor deinem Mix sitzt wie so ein Buch mit sieben Siegeln und nicht weiß, wie soll ich eigentlich anfangen, was muss ich als erstes machen? Kommt der Kompressor vor dem EQ und wann kommt der Hall und wann ist mein Mix überhaupt fertig? Falls du dich da noch unsicher fühlst, dann empfehle ich dir mein PDF Speed Mixing. Da zeige ich dir in 10 einfachen Schritten mein bewährtes Mixing-System und welchen Schritt du nacheinander machen musst. Das ist das Problem der meisten Mixing-Anfänger, auch fortgeschrittener. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir das runterladen. Das hat wirklich schon sehr, sehr vielen Leuten weitergeholfen, um mehr Klarheit in ihrem Mixing-Ablauf zu bekommen. Jetzt umherst du mich natürlich deine Meinung, wie produzierst du deine Backing-Vocals? Machst du das oldschool, so wie ich, dass du es erst arrangierst und dann mit Flexpitch oder meinetwegen auch Melodyn dann tatsächlich ausarrangierst oder programmierst? Oder gehst du den professionellen besten Weg? Lässt du das deinen Sänger dann direkt alles einsingen? Oder benutzt du ein Plugin oder irgendeine andere Möglichkeit? Schreib mir das mal bitte in die Kommentare, das interessiert mich sehr. Falls du dich dafür interessierst, wie du richtig fette Lead-Vocals abmischen kannst, dann empfehle ich dir unbedingt dieses Video. Ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schick dir viele Grüße aus Alicante, wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!